Geh weg! 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 Du stinkst! Geh weg! Du stinkst! Was muss ich denn machen? Ach da, warte mal, äh... Äh, ex... okay, also, äh, okay, wir müssen hier den extra, äh, kern, da müssen wir abschalten wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich hier lang, ne, oder? Ja, genau. Scheinlich hier irgendwie, oder? Gott sei Dank sind das so Schalter, die man mit tätigen muss, bei den scheiß Affen hier. Woooooooh! Äh, ich glaube, meine ganzen Kollegen, die ganzen Mods sind, glaube ich, gerade grad voll am Pennen, aber soll ich ganz ehrlich sagen, ich habe einfach mal keinen Bock auf den Pisser, weil er ist ja auch ein schöner Pisser, der einfach mal gebannt werden muss, der einfach mal hier seine Scheiße loswerden muss. Und, äh, wenn er meint, er muss hier irgendwas loswerden, dann soll er es irgendwo im anderen Stream tun, aber nicht bei mir. So, weiter geht's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Wenn meine Mods nicht in der Lage sind, dann werden sie nicht mehr, dann sind sie keine Mods mehr demnächst. Ganz einfach. Ja, Schaunator ist da, weiß ich wohl. Ja, krieg das auch nicht auf der Reihe. Weiß gar nicht, was mit denen los ist. Woah! Ja, aber anscheinend bekommst du es auch nicht irgendwie auf die Reihe gerade, momentan. Weiß nicht warum. Wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir hin. Woah, what the fuck, Alter, what the fuck. Was? Nein! Fick dich! Mann, nein! Ich hab doch keine Zeit für so ne Scheiße! Und jetzt? Wolang jetzt? Oh nee, oder? Nee, oder? Oh nein! Nein! Mann, fick dich einfach nur scheiße, Alter, Alter! Fick dich einfach nur scheiße, Alter! Fick dich einfach nur scheiße, Alter! Fick dich einfach nur scheiße, bist, Android! Meine Fresse, ey! Das gibt's doch nicht! Hallo! Hallo! Meine Fresse, du Scheiße! Boah! Boah! Ja, weil mich alles aufregt jetzt gerade hier. Boah! meine Fresse das kotzt mich also das Spiel jetzt in den letzten paar Minuten kotzt mich jetzt ehrlich an bin ich ganz ehrlich das gibt es doch gar nicht dass das so dämlich ist jetzt gerade 3 diese Dramatik jetzt gerade und dieses A das scheiß Androiden Wichser und meine Fresse lasst mich nur los so scheiß verdammten Ossi scheiße ey meine Fresse ey Mann das gibt es doch nicht wie kann das Spiel nur auf normal so schwierig sein mit so einer scheiß KI meine Fresse ey meine Fresse ey Prost zusammen Du brauchst mir nicht helfen Problem ist einfach nur dieses scheiß äh 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 Androiden Wichser dass sie so schwer gemacht sind an dieser scheiß Stelle Was 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 Meine Fresse lass mich doch los Mann Lass mich Mann Alter wo kommen die alle her Ich werde sterben Ich werde so sterben und alles normal machen dürfen Ich werde so sterben und alles normal machen dürfen Hundertprozentig Hundertprozentig darf ich alles normal machen Ja ich wusste es Aber wisst ihr was ey Das ist so behindert dieses Spiel an dieser Stelle Das ist so behindert Wie kann ich noch hundert Weißt du was ich würd noch 100 Bots würd ich noch Ich würd noch 100 Bots würd ich noch Oh und dieser Scheiße will die noch laden Ehrlich ey Meine Fresse Das gibt's doch gar nicht Mann Ja ich kann das Nest das tatschern Nöööö Mann Jetzt lernt er mal den richtigen Flex kennen Das kann doch nicht sein Dieses dämliche Rumgerenne Ich hab ich hab einen Auftrag von Von fast 10 Stationen Und dieses dämlichen Botsrennen einem hinterher Das gibt's doch nicht Die eh untödlich sind Meine Fresse ey Es gibt zwei Notfallschaltkreise. Die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatoren-Blocks in den Türmspeisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Halten Sie sich einfach gut fest. So, jetzt prüfe ich das mal aus. Mal gucken, was das bringt. Schauen wir mal. Hallo to Brazil. Welcome. Toll, damit kann ich einen erledigen. Wow, super. Wow, geil. Ja, und natürlich steht hier nämlich zu mir einer. Sogar zwei. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Oh. Ja, und der bringt mich auch direkt um. Meine Fresse, ey. Verpiss dich hier, du scheiß Assi. Und der stirbt noch niemals. Der stirbt noch nichtmals. Das gibt's doch nicht. Alter. Alter, der geht nicht sterben. Das gibt's doch nicht. Alter. Oh. Ey, wenn das wirklich das finale Level ist, ne? Das war ich zum Kotzen, ey. Geht sterben, Mann. Alter. Ey, der geht nicht sterben davon. Ist das denn sofort möglich? Meine Fresse. Habe ich jetzt alle tot? Ich hoffe schon. Ich hoffe, ich hab die alle erledigt, ey. Das Game ist echt super, auf jeden Fall. Aber das hat jetzt echt genervt, ey. So, dann schauen wir mal. Wo müssen wir als erstes hin? Ich hoffe, ich hab's alle, ey. Ich hoffe, ich hab's alle. Meine Güte. Da müssen wir hin, ne? Ich hoffe, ich hab's alle. Ich hoffe, da kommen keine neuen. Meine Fresse, ey. So, wir müssen da hin. Ich hoffe, ich hab's alle. dann da lang. Gott sei Dank haben wir diese scheiß Wix-Androiden ausgeschaltet. Die nerven ja mal voll. Also die sind echt nervig. Die sind mal echt nervig. Diese scheiß Wix-Androiden. Boah. So. Aber die sind doch eigentlich leicht zum Laufen. Hm. Vielleicht bei dir, aber nicht bei mir. Was war noch mal so nervig? Die scheiß Androiden. Wow. Alter. Da kommen ja noch mehr. Wo kommt die denn her? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich meinte, die jetzt kommen. Ja. Höhö. So. Wo jetzt lang? Äh. Äh. Wow. Oh, okay. Jetzt leuchten sie natürlich. Jetzt ist natürlich klar, dass sie zum Lau... Ja, na. Die, die jetzt kommen, sind natürlich klar. Aber die vorher waren nicht klar. Die waren total scheiße. Boah. Gott sei Dank, ey. Boah. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich brauche definitiv einen Speicherpunkt. Und... Flexi, sie will du finden. Was sagst du? Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Lohnt sich. Holt euch das Spiel. Das ist total geil. Wer auf Resident Evil einsteht und solche... geilen Klamotten, sollt sich auf jeden Fall zulegen. Denn, äh... Das Spiel ist total Porno. Das war hammergeil. Auf jeden Fall, ey. Das hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Und ich will nur noch hier raus. Ich will nur noch hier raus und speichern. Mehr will ich gar nicht. Ich will nur noch hier raus. Boah. Aber ihr kennt mich. Auch wenn es frustrierend ist. Ihr kennt mich. Flexi, es ist alles scheiße egal. Auch wenn ich dann ausflippe. Mir ist das egal. Ich kann nicht... Durch, ja, um die Scheiße. ...modus versucht. Fünf Tage lang. Bis ich ihn geschafft habe. Und jetzt... Äh... Wo muss ich lang? Hö. Nee, die Balken stören nicht. Wenn man einmal gespielt hat auf großem Bildschirm oder etwas kleineren... Dann guckt man das nur noch wie ein Film. Ähm... Äh... Säuberung von Reaktorsteuerung erledigt? Äh... Ja. Ich werde erst mal speichern gehen. Und dann erst mal... Hallo? Äh. 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 Nein, die Balken stören nicht bei The Evil Within. Also, äh... Man muss sich echt dran gewöhnen. Aber es ist nach einer Zeit. Guckst du nur noch aufs Spiel. Da siehst du die Balken gar nicht mehr. Äh... Ich will speichern. 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 Wie gesagt, äh... Werbung posten und ihr seht mein... Alter. Und ihr seht mein YouTube-Channel. Sehr geil für die Atmo. Kann ich hier nicht speichern? Ne, kann ich nicht. Okay. Ähm... Ich gehe mal davon aus, dass ich hier den Knopf drücken muss. Ja, oder die zwei hier. Deswegen entlasse ich euch erstmal in einer kleinen kurzen Pause, ja? Und dann geht's spannend weiter hier. Ja? Und, ähm... Ja, ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben. Ich bin mal eben kurz auf die Toilette. Bis gleich! Und ihr solltet das auch tun. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, spannend aufgehört und spannend geht's weiter. Äh... Prost zusammen. Weiter geht's hier bei Alien Isolation. Großes Finale hier in der Let's Play Live Show. Äh... Ach du Scheiße. Ich kann's gar nicht erkennen. Was muss ich denn machen? Was? Pewch? Was? War das richtig? Siegen-Experte? Riccardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Und los geht's! So, was ist das? Alter, ich will speichern. 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 Was zogst du danach? Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir kommen. Ich hoffe mal, dass wir durchspielen können. Endlich mal. Wir kehren sich zurück zu Ricardo zurück. Ja, super. Ich würde mich freuen, wenn ich mal speichern könnte. Wo ist denn der nächste Speicherpunkt? Ach du Scheiße, da unten. Ach du Scheiße. Boah, bitte nicht. Bitte. Jetzt lass keinen Scheiß-Alien kommen. Ich würde... Boah, ich würde so ausflippen. Weil wir haben kein einziges verficktes... Boah, wir haben nichts. Wir haben nichts gegen das Alien. Wir haben nichts. Wenn wir jetzt sterben, dürfen wir alles von vorne machen. Alles. Also das wäre jetzt echt mies, wenn das Spiel uns das jetzt echt, äh... Also wenn wir jetzt sterben, dann ist es vorbei. Dann schmeiß ich den Controller in die Ecke und das Spiel schmeiß ich aus dem Fenster. Live. Im Livestream. Auf Ustream mit Playroom. Ey, das kann jetzt nicht sein, ne? Also wenn das Spiel uns von uns jetzt verlängt, dass wir jetzt diese ganze Scheiße zum Speicherpunkt jetzt wirklich... Oh, bitte nicht. Ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Nichts, doch. Doch, wir kommen da hin. Boah, komm, 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 komm. Matti, Scheiß, Tür auf. Matti, Scheiß, Tür auf. Matti, Scheiß, Tür auf. Oh, ich kann ihn gar nicht speichern. Hier ist der Aufzug. Fuck. Komm, mach die Scheiß, Tür auf. Was? Äh, geh zum nächsten Ziel und dann kannst du speichern. Oh, Gott sei Dank. Oh. Bitte, bitte speichern, bitte. Oh, ja, 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 alter, ja, ja, alter, 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 gespeichert, alter, gespeichert, alter, gespeichert, oh Gott, welchen Transit müssen wir denn nehmen? Ähm, äh, wir müssen, gehen sie zum Maschinenraum, äh, Transistation, Transitstation. Ähm. Ähm. Wo müssen wir denn hin? Warte mal, gehen sie zur San Cristobal Krankenstation. Welche ist das denn? Ist es das hier? San Cristobal Krankenstation. Welche ist es denn? Welche Station? Woher soll ich denn das wissen? Wo die ist, die Scheiß-Station? Welche Bahn ist denn das? Da ist der Ski mit Tower. Lorenz Sanitix 4. Alter, wo soll ich denn wissen, wo diese Scheiß-Station ist? Slow Motions. Hab ich die Rationstower. Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich ruf alle mal. Wo are you? Okay, Strom wiederherstellen. Ja, jetzt muss ich erstmal. Ich hab keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Es zeigt mir auch nicht an, welche, welche Transit wir nehmen müssen. Ist ja voll dumm. Was ist denn hier? Ist es auch grün? Ne, ist rot. Ja, ist das richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich hab keinen blassen Schimmer. Wir hatten die Auswahl 1, 3 und 2. 4 ist ja gesperrt. Aber wo soll ich denn wissen, dass das richtig ist? Chill bro, look for the English people, add me and help. Welcome, welcome to the Let's Play Live Show every Friday and Saturday at... Anscheinend, ich weiß nicht, Ziel aktualisiert, ja, keine Ahnung, werden wir sehen, ob wir richtig sind. Every Friday and Saturday at 8 p.m. in German time, the Let's Play Live Show. Skoll. My English is not very good, my German is not much better. And I hope you, you enjoy the show and you have a little bit lucky in a couple of minutes here. And, ähm... Oh my God. It's very scary, this game. Hmm. Gizmo ist übrigens wieder bei mir. Ja, aber das stimmt ja nicht mit dem Ziel. Wir mussten ja gerade irgendwo anders hin zu dieser, äh, ähm... Zu dieser, äh, äh, Kirch wieder. Ja, das ist das erste Spiel mal wieder seit langem, dass das Speichern echt mal Spaß macht, wenn man's findet. Das ist, das war früher oft so. Das war früher wirklich oft so, dass man sich über das Speichern gefreut hat. Und so sollte es auch wirklich bei vielen sein. Bei vielen Spielen. Ach, du bist Nightbot. Äh, früher war es in vielen, vielen Spielen so gewesen, wie gesagt. Also, äh, dass man sich wirklich gefreut hat über Saven und hat gesagt, ja, alter, endlich speichern. Mein Gott, wie geil ist das denn? Oh, aber bei den meisten Spielen heutzutage gibt's ja Autosave. Oh, ja, ich lad mal und dann bin ich ja schon wieder da. Ne, hier ist in dem Spiel ist es so häufig schon bei mir gewesen. Ich hab ne Menge erreicht und dann muss ich alles neu spielen. Ist frustrierend, aber in Anführungsstrichen wieder geil. Ja. Aber ich freu mich natürlich über jeden Einzelnen von euch. Wie gesagt, Let's Play Live Show. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr die Let's Play Live Show. Heute Abend am Samstag 20 Uhr einschalten. Ich würd mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und jetzt spielen wir erstmal Alien weiter. Ich frage mich, warum das Spiel uns... Also, wir haben ja gerade angezeigt gekriegt... Äh, 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 San Cristobal Krankenstation. Sind wir auf dem richtigen Weg vielleicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es könnte mal vielleicht jemand Werbung schreiben. Dann sehen wir mal wieder meinen YouTube Channel und mein, äh, und die Let's Play Live Show, wann ihr mal sendet. Ich hab's ja gerade schon gesagt. Freitags und Samstags. Freitag, Samstag immer 20 Uhr. Und Realflex, G-E-R ist mein YouTube Channel. Prost zusammen. Jupp, ich weiß, ich jetzt zock seit 30 Jahren. Au, Aidencroft. Ja, das freut mich doch. Supi. Aber ich zock auch schon etwas länger. Wie gesagt, mit meinen 29 Jahren. Schon länger dabei. Ich hab damals Alien auf dem Amiga mal gespielt. So ein Alien-Spiel. Mit, mit sechs Discs. War das gewesen? Mit sechs CD... Mit sechs, äh, äh, ähm, Kassetten. Oder, oder Disc war das, ja. Dankeschön, Terminator. Ich glaub, wir sind richtig. Fehler. Mach's gut, Shownator. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist, Shownator. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen, oder heute Abend. Finden Sie ein, äh, Abulanz-Shuttle. Boah, ey, das gibt's doch gar nicht.